Abwassernixe. Carsten saß auf dem Bett seines kleinen Hotelzimmers und starrte auf den Fernseher. Er nahm die flackernden Bilder kaum wahr. Seine Aufmerksamkeit wurde von etwas anderem angezogen. Kurz wendete er den Blick auf die angelehnte Badezimmertür. Das Mädchen hatte sie offengelassen. Wollte sie ihm damit vielleicht ein stummes Zeichen geben. Verunsichert heftete er seinen Blick wieder auf den Bildschirm, versuchte sich auf die Nachrichten zu konzentrieren. Es gelang ihm nicht. Das Rauschen des Wassers, das in die Wanne einlief, lenkte ihn ab. Unwillkürlich schlich sich das Bild einer nackten jungen Frau, die entspannt in einer Wanne lag. In seinen Geist. Genervt schüttelte er den Kopf, um diesen Gedanken zu verjagen. Er hatte sie auf der Landstraße getroffen, mitten in der Nacht. Die Scheinwerfer hatten scharfe Lichtkegel in die Finsternis geschnitten, während die Scheibenwischer den Regen, der lautstark auf die Windschutzscheibe klatschte, kaum bewältigen konnten. Er erinnerte sich, dass er gerade darüber nachgegrübelt hatte, wie er seinem Chef die Nachricht überbringen sollte, dass er den Auftrag nicht erhalten hatte. Als er sie sah. Sie stand mitten auf der Fahrbahn, sodass er mit quietschenden Reifen ausweichen musste. Schlingernd kam er zum Stehen. Als sie an sein Fenster trat, sah er ihr schmales, schönes Gesicht. Das Haar klebte an ihrem Kopf und vereinzelte Strähnen hingen ihr tropfend über die Schulter. Sie war bis zur Haut durchnässt. Können Sie mich bis zum nächsten Ort mitnehmen? Fragte sie. Ihre Stimme hatte dabei gezittert. Klar, steig ein, hatte er geantwortet und die Beifahrertür aufgestoßen. Als sie sich neben ihn setzte, musterte er sie. Sie war schlank und unglaublich jung. Ihr langer Rock haftete wie eine zweite Haut an ihren Beinen und vom Rocksaum tropfte Wasser auf die Fußmatte. Ich fahr bis zum nächsten Motel, hatte er gesagt. Das Mädchen strich sich das nasse Haar aus dem Gesicht. Als er ihrem Blick begegnete, war er überrascht, wie hell ihre Augen waren. Wie Gletscherwasser. Gut, hatte sie schlicht geantwortet und es sich in dem Autositz bequem gemacht. Als er vor dem Motel angehalten hatte, war sie ausgestiegen und mit ihm wie selbstverständlich zur Rezeption gegangen. Ein Doppelzimmer, hatte der Portier gefragt. Nach einem fragenden Seitenblick, dem das Mädchen mit einem Lächeln begegnete, antwortete er, ja, für eine Nacht. Sie hatte ihre Jacke über den einzigen Stuhl des kleinen Zimmers gehängt und war ohne ein weiteres Wort im Bad verschwunden. Regenwasser tropfte vom Saum ihrer Jacke auf den Teppichboden. Er ertappte sich dabei, wie er es beobachtete. Tropf, Tropf. Leises Plätschern klang an sein Ohr und sein Blick wanderte wieder zum Badezimmer. Langsam stand er auf. Wie in Zeitlupe bewegte er sich auf die Tür zu. Ob er einfach hineingehen konnte? Warum nicht? Das war sein Zimmer. Er hatte es bezahlt. Er bezweifelte, dass sie auch nur einen Cent dabei hatte. Trotzdem zögerte er. Seine Hand mit dem dunkel behaarten Handrücken schwebte in der Luft. So als wäre sie unschlüssig, was ihr Besitzer von ihr wollte. Ein kleines Lachen trank zu ihm heraus. Unwillkürlich zuckte er zusammen. Komm rein, ich warte schon auf dich. Ihre Stimme hatte einen melodischen Klang, der an das Säuseln eines kleinen Baches erinnerte. Sie erwartete ihn. Warum machte er sich denn so viele Gedanken? Er richtete sich zu seiner vollen Größe auf und stieß an die Tür. Leise, knarrend, schwang sie auf. Und da lag sie, so, wie er sie sich vorgestellt hatte. Ihr Haar war noch immer nass und lag in schweren Flechten auf ihren weißen Schultern. Seifenblasen schwammen auf der Wasseroberfläche, unter der sich ihr schlanker Leib wohlig räkelte. Komm, sagte sie und streckte ihm einen Arm entgegen. Sie lächelte ihn an und ihre hellen Augen lockten ihn mit stummen Versprechungen. Ohne sich dessen bewusst zu sein, bewegte er sich auf sie zu. Ihre schlanken Arme umfingen ihn und zogen ihn zu einem Kuss herab. Ihre Lippen waren unglaublich weich. Ein winziger Teil seines Gehirns bemerkte, dass sie kalt waren, so als würde er seinen Mund auf ein Kühlpack aus dem Eisschrank legen. Doch das erschien ihm im Moment nicht wichtig. Ihre nassen Hände strichen ihm das Jackett von den Schultern und ungeduldig begann er die Knöpfe seines Hemdes zu öffnen. Das Mädchen lehnte sich zurück und gab wieder ihr melodisches Lachen von sich, während sie ihn beobachtete. Dann zog sie die Beine an, um ihm Platz in der Wanne zu machen. Angenehm warm umfing ihn das Badewasser, als er sich in die Wanne gleiten ließ. Die Hände des Mädchens berührten seine Beine, wanderten daran hinauf. Er konnte seinen Blick nicht von ihr lassen, von ihrem wohlgeformten Körper, ihrem schönen Gesicht und diesen außergewöhnlichen Augen. Geschickt beugte sie sich über ihn. Das Wasser gab kluxende Geräusche von sich, als sich ihr Körper auf seinen schmiegte. »Du, du bist so schön«, stammelte er. Wieder lachte sie. Sie senkte ihre Lippen zu einem erneuten Kuss auf seine und er stöhnte unter dieser Berührung auf. »Komm«, flüsterte sie zwischen den Küssen, »komm mit mir«. »Für immer«. »Was redete sie da?« Karsten versuchte, sie von sich zu schieben, doch sie klammerte sich an ihm fest. »Bei mir wirst du es gut haben. Komm«, »Komm«, »Nie wieder werden dich Sorgen quälen.« Eine ihrer Hände tastete zum Stöpsel der Badewanne und öffnete ihn. Während das Wasser langsam ablief, schloss Karsten seine Augen. Irgendwie hatte sie ja recht. Warum sollte er sich jetzt Sorgen über den morgigen Tag machen? Warum sollte er ihr nicht in eine Welt der Genüsse folgen?« Unvermittelt schien ihn ein Strudel zu erfassen. Erschrocken riss er die Augen auf. Das Badezimmer drehte sich um ihn in schwindelerregender Schnelligkeit. Ein Chaos aus farbigen Schlieren erfasste ihn und zog ihn in die Tiefe. »Hab keine Angst«, flüsterte die Stimme des Mädchens neben ihm, während er mit der Todesangst, die das Ertrinken mit sich brachte, kämpfte. Als am nächsten Tag die Putzfrau das Motelzimmer betrat, fand sie den leblosen Körper eines Mannes in der leeren Badewanne. Niemand hatte das Mädchen, das bei ihm gewesen war, beim Verlassen des Motels beobachtet. Nur ihre Jacke hing auf dem einzigen Stuhl des kleinen Zimmers. Seltsamerweise tropfte noch immer Wasser von ihrem Saum und bildete eine Pfütze auf dem Teppichboden. Tropf, Tropf.